hallo und herzlich willkommen zum spukigen update hier auf masses class channel heute ist das neue halloween update rausgekommen und es bringt natürlich wieder mal so wie letztes jahr auch ein paar kleine veränderungen im visuellen und zum beispiel haben wir hier diese bäume die sich etwas geändert haben es gibt jetzt augen die rausschauen aber das ist nichts neues genauso wie letztes jahr sehen die immer noch so aus etwas ganz neues im letzten jahr waren es die halloween grabsteine dieses jahr sind es die halloween kessel und ich habe gerade eben vor einer stunde ungefähr erst meinen ersten halloween kessel bekommen der ist natürlich genau perfekt zwischen die anderen halloween grabsteine reingespawnt richtig richtig super weil eigentlich sammle ich die großen bäume aber da passt ja da keiner rein deswegen perfekt dass der da gelandet ist und ich hoffe mal dass da noch ein paar mehr spawnen ich habe auch meine base schon so aufgestellt dass in der mitte keine mehr spawnen können und sondern nur noch außen an den rändern und ich hoffe mal dass da noch irgendwo ein paar noch mehr da zwischen landen außerdem gibt es jetzt ein one gem boost für die zauberfabrik und zwar so lange wie das halloween update ist das ist tippe ich mal über das wochenende das machen wir doch gleich mal beschleunigen wir hier außerdem gibt es noch ein paar änderungen in den spells und natürlich auch wieder nur visuell und das schauen wir uns jetzt mal an wir greifen einfach mal den allerersten an und zwar so fangen wir mal an der blitz zauber hat wieder seine gewohnte änderung wie auch im letzten jahr da sehen wir die fledermäuse die sich im kreise um den blitz herum drehen und auch der gift zauber hat eine änderung erfahren den gab es ja letztes jahr noch nicht und dieses jahr wir probieren einfach mal da aus am besten auf einem könig einfach nur deswegen so kommen geister raus ganz was tolles naja immerhin immerhin etwas sieht ganz witzig aus muss man sagen aber wie gesagt das sind nur optische änderungen am coolsten da ist eigentlich dieser halloween kessel und wenn man den abbaut kriegt man zwischen 50 und 70 oder 75.000 elixier raus bei mir bleiben die natürlich weil ich bin da so ein sammler ich werde den sicherlich nicht wegschmeißen dann stehen wir ja eigentlich ganz ganz kurz vor der clash con das ist wirklich wirklich das event dieses jahres wenn es um clash of clans geht und wir erwarten auch ein relativ großes update schon morgen geht die clash con los ich werde euch auch unten in der beschreibung noch verlinken waren denn sowas für sachen auf der clash con stattfinden und es wird auch einen livestream zur clash con natürlich nicht von mir sondern von supercell geben den ihr den ganzen tag über am samstag verfolgen könnt und durch den werdet ihr am laufenden gehalten jetzt aber zum update es wird ja schon sehr sehr viel diskutiert was denn dran kommen könnte und wir schauen uns jetzt einfach mal an was denn da vielleicht so passieren könnte ich habe mir damals so ein zettel geschrieben und auch ein bisschen im internet recherchiert was denn so möglich ist also ich würde mal sagen ich fange jetzt mal mit den sachen an die ich für relativ wahrscheinlich halte und zwar wo wir vorher schon beim gift zauber und bei der zauberfabrik waren wir haben ja erst vor kurzem die neuen dunklen elixier zauber bekommen und da sind ja immer noch zwei plätze frei und man hat ja bis jetzt alle drei dunklen zauber freigeschalten auf rathaus level 9 und daher auch vor allem rathaus level 10 sehr oder etwas mehr gefeatured werden soll gehe ich mal stark davon aus dass es für rathaus level 10 ein upgrade der dunklen zauberfabrik geben wird und zwar auf level 4 vielleicht sogar auch schon auf level 5 und es da ein paar neue zauber gibt das wird nämlich die neuen zauber werden natürlich nicht nur den rathaus 10 er dann zugute kommen sondern es wird allgemein auch das gameplay auf rathaus 10 und auch natürlich wenn rathaus 10 niedere rathäuser angreifen wird es das gameplay sicherlich ändern und ich freue mich was ich darauf was ich super da so einfallen lässt es ist natürlich nicht sicher aber ich würde es mir sehr sehr wünschen und ich glaube auch dass das der fall sein wird weiterhin da es ja hieß es wird relativ große änderungen geben halte ich noch für wahrscheinlich dass bald eine dunkle truppe kommt ich bin sogar der meinung dass es noch nicht unbedingt morgen angekündigt wird sondern eher vielleicht vielleicht in richtung weihnachten hin aber es ist auf jeden fall eine der möglichkeiten die im raum steht der neue dunkle truppen darauf warten wir eigentlich schon relativ lange und der letzte der kam war der lavahund und es sind bis jetzt auf rathaus 7 lakaien und schweinereiter auf rathaus 8 die walküren und die golems auf rathaus 9 hexen und die lavahunde und jetzt fehlen natürlich die truppen auf rathaus 10 also tippe ich mal ist da ein upgrade der dunklen kaserne auch sehr sehr wahrscheinlich da viele auch immer darüber reden ja wann gibt es denn endlich rathaus 11 da komme ich auch noch gleich dazu zu sprechen bin ich eigentlich eher der meinung dass es noch nicht so bald kommt da eben für rathaus 10 noch so viele möglichkeiten offen sind indem sie die dunklen kasernen upgraden wird es sehr wahrscheinlich neue truppen eben für rathaus 10 geben und dadurch wird auch der der spiel spaß auf rathaus 10 wieder erweitert auch durch die neuen dunklen zauber die vielleicht kommen und ich glaube dass das auf jeden fall für die rathaus 10 erst mal genügend an erweiterungen ist wir wissen ja nicht vielleicht kommt ja auch noch irgendetwas anderes cooles aber ich sehe da momentan noch keinen großen sinn in rathaus 11 genau wo wir schon bei rathaus 11 sind viele vertreten die meinung dass die top spieler die auch wirklich regelmäßig jammen die sind ja alle schon maximiert und da supercell ja natürlich auch eine firma ist die geld einnehmen möchte werden sie rathaus 11 bringen da ja wenn die top spieler maximiert sind weniger gems ausgeben und wenn es jetzt rathaus 11 gäbe würden sie wiederum mehr gems ausgeben da sie ja wieder ihre ganzen verteidigungen boosten und es gab auch ein video von geladon der zum letzten update wieder seine sneak peeks gezeigt hat und in einem dieser videos konnte man bei einen bei den barbaren level 7 keine glitzernden flammen um die nummer 7 herum sehen und das hat viele so zum nachdenken bewegt ob es denn vielleicht barbaren level 8 gibt und ob das ein anzeichen ist für rathaus 11 könnte sein meiner meinung nach aber ich bin da eher der meinung dass das vielleicht ja entweder man kann es wirklich wirklich schwer erkennen oder es war einfach ein glitsch in dem moment und auch warum sollten zudem in dem spielstand den geladon damals hatte warum sollten da barbaren level 8 schon integriert sein und bogies level 8 nicht weil bei allen anderen truppen die er hatte waren nämlich die flammen da also das ist auch noch etwas merkwürdig würde ich sagen ansonsten rathaus 11 wie gesagt sehe ich noch nicht in so nahe ferne momentan sind glaube ich zwei prozent aller spiele auf rathaus 10 ich werde noch auch noch ein paar interessante links unten in die beschreibung rein posten wo ihr leider auf englisch aber trotzdem sehr sehr gute artikel von bloggern lesen könnt zu dem thema update und rathaus 11 dann was ich sogar für am aller 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 wahrscheinlichsten halte was morgen auf der clashcon gezeigt wird ist ein neuer spielmodus beziehungsweise was heißt neuer spielmodus die clashcon featuret ein clan kriegtournament also praktisch einen wettkampf von verschiedenen clans gegeneinander die alle praktisch genauso wie in der weltmeisterschaft gegeneinander spielen erst viertelfinale dann halbfinale und dann finale und ich glaube und das glauben auch mehrere dass so etwas auch in zukunft implementiert wird weil das würde für alle leute nicht nur für die rathaus 10er ein vorteil bringen sondern wirklich für alle clasher von level 2 bis level 10 hoch die könnten dann an diesen tournaments natürlich teilnehmen wie das ganze aussieht ich tippe mal dass man nach einer gewissen anzahl an siegen oder auch einfach so an diesen tournaments teilnehmen kann an diesen wettbewerben und dann immer natürlich durch einen sieg weiter nach oben rutscht und gegen einen anderen der eben auch gegen einen anderen clan der eben auch gewonnen hat kämpfen darf und am ende gibt es dann vielleicht loot bonus oder sehr wahrscheinlich mehr loot bonus vielleicht auch gem bonus aber das halte ich eher für unwahrscheinlich aber man möchte ja ich möchte ja mal trotzdem nennen ich hoffe meine kleine diskussion über das neue update hat euch gefallen und ich bin natürlich total froh wenn ihr auch in den kommentaren eure meinungen dazu abgibt was ihr vielleicht so denkt ihr habt noch genau einen tag zeit und dann werden wir hoffentlich alle von supercell überrascht werden und dann schauen wir mal was die so rausbringen bis dahin wünsche ich euch noch viel spaß und ein schönes halloween auf meinem channel bis dahin wünsche